Was bedeutet das Steuersystem? Die Gruppen stärker als die oberen, vor allem die Verbrauchsteuern, weil der gleiche Betrag beim Verbrauch einen sehr viel höheren Anteil am Einkommen hat. Also wenn wir 1000 Euro pro Jahr Strom- und Gasrechnung haben und wir haben 20% Mehrwertsteuer drauf, also 200 Euro, dann bedeutet das an einem Haushaltseinkommen von 2000 Euro im Monat sehr viel eine höhere Belastung als beim Haushaltseinkommen von 10.000 Euro. Das heißt, jede Verbrauchsteuer belastet vor allem die kleinen Leute. Und nur wenn man alle Steuern und Beiträge zusammenzählt, also die regressiven Verbrauchsteuern, die leicht regressiven Sozialversicherungsbeiträge und die progressiven Lohn- und Einkommensteuer, dann kommen wir überhaupt zu einem System, wo die unteren großem Modo etwa gleich viel am Einkommen an Abgaben leisten als die oberen. Würde man jetzt die Lohn- und Einkommensteuer auch proportional machen wie die Sozialversicherungsbeiträge, so wäre es sozusagen verteilungspolitischer Wahnsinn, denn dann würden die oberen weniger Zahlen gemessen in ihrem Einkommen an Steuern als die unteren. Das heißt, die progressive Lohn- und Einkommensteuer ist die einzige Steuer, die uns halbwegs noch ein proportionales Steuersystem sichert. Ich würde im Gegenteil meinen, dass man die Lohn- und Einkommensteuer ausbauen sollte in der Finanzierung des Sozialstaates, dass man den Sozialstaat weniger über Sozialversicherungsbeiträge finanzieren sollte, sondern stärker über das Steuersystem, über die Lohn- und Einkommensteuer und über Vermögensteuern, denn das würde dafür sorgen, dass wir einen sozialen Ausgleich auch über die Finanzierung des Sozialstaates bekommen.